ARD Text im Auftrag von Funk Was geben wir dem ab? Leute, vorher war ja so jemand, der ist im Krankenhaus gelegen und dem haben wir gute Glückwünsche Genau, ja Ja, gerettet, jetzt schreibt er im Chat Lichtle, richtig lustig, ich liege ja im Krankenhaus und ich höre deinen Stream laut und neben mir liegt eine Oma, die will schlafen, das fuck sie richtig ab Ja, aber da würde ich empfehlen, hol den Kopfhörer Hier, hier, Neptun, Neptun hat mir übel gut zugespielt und deswegen darf er jetzt natürlich auch wieder getten Und er gerettet natürlich gleich wieder zurück an mich, das ist natürlich sehr geil, läuft halt bei dich Wir werden gleich geholt, wenn wir jetzt nicht richtig aufpassen Oh, der war richtig geil von Lichtle, also von dem anderen Lichtle, von dem DLG Lichtle Alter, wie Split, geil, das ist echt nice Oh, übel wie euchs, Alter Ich bekomme gerade Nachrichten in Skype Äh, Lichtle, komm mal links oben Äh, was, der hat das falsche Symbol, was, wie Äh, Batskin, äh, Faker, schon wieder ein Faker von Shadow, okay Das ist anscheinend gar nicht der echte, krass Ja, der hat auch DLG vorm Namen, das weißt du schon, oder? Ja Also, hier, hier, DLG Lichtle, bist du der Richtige? Links von dir müsste Ja, ja, super, hier, hier und links, genau, genau Hier, jetzt sind wir alle vereint Ich, 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 ich helfe dir Was machst du denn? Ich, 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 ey, warte, warte, ich Ey, ich helfe dir doch Ist doch alles cool, genau Chill doch mal Ich bin schon wieder gestorben Nein, ist doch alles cool, wir sind doch riesig groß Wir haben dicke Taschen Oh, Loa ist in der Nähe Ich will jetzt nicht die Punkte vergetten Auf keinen Fall Das mach ich nicht, ich will Lichtle auf jeden Fall die Punkte wiedergeben Warte Es geht darum, dass ich euch jetzt wieder 10 Stunden suchen muss Pass auf, kurz auf Oh, fuck, unter uns kommt Loa jetzt in Wirklichkeit, Alter Ich hab's extra an dich weggegeben Ich bin unschuldig Ja, nee, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch Nein, ich Nein, 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 mach den Virus nicht weg Mach den Virus, ja, ja, oh, nee, fuck Ich hab alles an D-Sex abgegeben Ja, D-Sex, ich bin links von dir Links Ich bin tot Moritz Ich bin tot Hä, da ist aber ein riesiger D-Oh, du bist tot Oh, du bist tot Ja So, ich bekomm schon wieder eine Clash of Clans Nachricht Angriff Keine Chance da oben Wir müssen von diesem Loa-Clan weg Ja, ja, der ist ziemlich hart, ja Der ist ziemlich hart Ich weiß aber gar nicht, wie sind die so fast grob dick geworden, Alter Ich geh nach oben Ich geh nach oben rechts Okay, ab nach oben rechts Ja, ja, alles gut Die einzig behindert ist, weißt du, die hören halt einfach immer in unserem Stream zu Ja, das ist halt der Vorteil Du denkst ja Wo treffen wir uns? Oben rechts So Ein letzter Versuch Oder nee, nee, stopp, stopp, stopp Nicht mal oben rechts, sondern nur Mitte rechts Dann ist man nämlich nicht gleich in der Ecke eingekesselt Hashtag richtig gute Idee Ich hab nämlich hier schon ein Lichtle Der mit dem Oh, der teamt schon mit mir Das ist nice Also rechts Einfach nur rechts Ja, ich bin ganz rechts und fliege jetzt Genau Und jetzt genau Dann guckt man durch Lichtle DM Okay, ja, der scheint Team zu machen Nice So, jetzt hab ich hier den hier schon mal Gesplüschert Och, danke, Leute Und Neptun ist wieder neben mir Das ist nice Ja, super Oh, toll gemacht Ey, man, immer Hier, Lichtle splashert auch wieder gut ab Geil Slime hat meine Masse Herr DLG, Shadow, bist du grad der, der Also Shadow, bist du grad der, der auf der Auf der Top-Liste ist? Oh, dankeschön Da ist grad jemand nämlich reingeflogen Oh, du bist, ich bin oberhalb von dir Ich bin, ja, ja, genau, genau, genau Ich seh dich Ich glaub nicht, dass es einen Faker gibt, der den Dino-Skin hat Hier, hier, Lichtle, Lichtle Feed mich Oh, hier, hier Feed mich Hier oben, hier oben, hier oben Warte, warte, Lichtle Trollix, jetzt, jetzt wird Trollix geknackt Lolololol Warte mal Mach, äh, ne Kriegen wir die? Ne, die kriegen wir nicht Vergiss, vergiss, vergiss Was ist mit Trollix? Was kriegen wir denn? Kriegen wir nicht Kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht Wow, Moritz Sehr schön, sehr schön, sehr schön Das war richtig gut Sehr, sehr gut Sehr gut, sehr gut Jetzt Moritz, Fullspill, 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 Fullspill Da war mal Goozerswag Hä, der war von uns Der war von uns Ja, das war die Seax King Der Arme, der tut mir jetzt ein bisschen leist Oh Shadow, wir sind uns nicht Wer ist das? Oh, das ist Shadow und Crystal, alles klar Bitte sagt, es ist der echte Shadow Ne, es ist nicht der echte, aber Der tut uns aber nichts Hoffe ich Hoffe ich Crystal? Ich habe mich getötet Okay Äh, warte, ich würde dich gerne wieder hochfeeden Dann lass uns kurz weggehen Hier ist ein bisschen sehr viel los, oder? Äh, die Seax, bleiben wir zusammen? Warte, warte Feed, feed, feed Feed den Virus nach unten, nach unten einfach Nach unten Runter, 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 runter Okay, Leute, letzter Versuch Die meisten wollen einfach Clash of Clarence Und ganz ehrlich, ähm, wenn es jetzt nicht mehr läuft Dann, dann gehe ich auch nochmal über zu COC Weil, nix läuft Und, ähm, nix Spaß Und, ähm Doch eigentlich läuft es doch eigentlich über Es läuft überhaupt nicht Wir werden die ganze zerstört Okay Naja, wir haben jetzt auch keine Bots Muss man auch dazu sagen Äh, Crystal ist rechts vor mir Ich glaube, der wird gerade gegessen Keine Ahnung Na, DLG Real Äh, Crystal, ist das der echte? Ja Doch, das ist der echte Das einzige, was immer ein bisschen schade ist Dass man den Leuten halt die DLG haben Vertraut Also, ich kann Ich kann echt nicht meckern Also, das läuft doch Ey, was zum Teufel Einfach so aus dem Nichts Extrem feilt gegen Lohr Ich bin eigentlich gerade auf 15.000 Okay, wo bist du? Crystal, hallo Äh, Crystal, hallo Lichler, wo bist du? Ja, guck doch, hab ich doch gesagt Ähm, ich bin hier Ja, du komm mal nach unten rechts Komm, nach unten rechts Chato, wir machen mal die alte Unten rechts, ja? Ich weiß nicht, ob unten rechts Ich bin halt einfach Okay Ja, dann unten rechts Okay, alles easy Alles easy So, jetzt mach ich mich ein bisschen kleiner hier Ich fahr Swagger mal in den Virus rein Achso, ich dachte Ja, ja, komm hier Komm, 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 komm Ja Super Danke, Leute Passt, super So, ich geh jetzt mal nach unten rechts Genau, unten rechts jetzt Loll, der war So Okay, jetzt läuft's doch irgendwie Keine Ahnung Ich versteh's Also ich, nee Wie gesagt, also heute lief's doch insgesamt Das war doch okay Ja, also Also ich fand das Oh, hier lichler, lichler, lichler Unterhalb Komm kurz runter Ja, ich steh dich Okay, einwandfrei Ja, auf jeden Fall Mit Crystal, ja, ja, okay Passt, einwandfrei Wo ist Moritz, weißt du das? Nee Ich bin jetzt gerade noch unrecht Ich versuch mich mal mit Shadow zu treffen Weil wenn wir da zu 15 Dann füllst du eh nur Darauf hinaus Dass wir uns dann versehentlich gegenseitig essen Weil man halt nicht Ja, klar Weil man's nicht hundertprozentig kontrollieren kann Klar, logisch DLG Slime Okay, passt Lichtle ist riesig fett Ja, ich bin fett Ich bin erster Platz Nice Es läuft doch krass Oh ja Schieb dich in mich rein Ich hab eigentlich nichts anderes getan Als die ganze Zeit irgendwie Into me hier rein Weiß nicht, ob Shadow nach bottom right kommt Oh, jetzt links neben dir, lichler Pass auf Oh, ich bin tot Ich bin tot Kein Ding Ich hab so einen Teampartner gegessen Das war gar nicht schlecht Crystal hat die Masse Okay Ich müsste Da, Crystal Ich bin direkt neben ihm gespawnt Crystal Rechts von dir Crystal Ja, ja, komm her zu mir Ich kann dich feeden Ich kann dich feeden Wo bist du hier? Gozo, feed mich Feed mich Ja, ja, ja Alles gut Oh mein Gott Feed, feed, feed Oh Synchron Oh Aber wie gesagt Ey, T-Rage, T-Rage Nee, DLG-Rage So Oh Ja, aber ich mach mich rein Nee, war halt so Einfach Ich hab mir schon so gedacht Okay, die ganze Zeit angegriffen Aber okay Hä? Noch ein bisschen mehr Noch ein bisschen mehr Crystal Noch ein bisschen mehr Ja, okay, cool Mal sehen, was ist da passiert Die Leute pushen einfach alle hoch Ja Nee, die pushen nicht hoch Die pushen runter Ja, die pushen runter, genau Ja Hier, komm her, Crystal Ich nehm dir das alles ab Kein Thema Ich kümmere mich dann um Über deine Um deine Hinterlassen Wann hab ich begonnen mit Pokale? Wie, wie, wie Wie weit war ich da? Ach du Ja, Crystal Keine Sorge Komm her Du wirst wieder Schön hoch gefeedet Das ist gar kein Thema Und zwar Lichle, wurdest du schonmal operiert? Ich werde nämlich um 22 Uhr operiert Und hab Angst Äh, ich nicht Nein Aber ich frag mich grad Wer wird um 22 Uhr operiert? Ja, das ist doch, doch, doch Das ist öfter so Das ist normal Weil du ja Naja, klar Der OP muss ja In Anführungsstrichen Zeitlich gut genutzt sein Du kannst ja nicht sagen Ach naja Von früh um 6 bis Dann und dann Machen wir was Und dann nicht mehr Ich operiert Genau So, ja Das hat sehr gut Also Crystal hat's auch Auf Tash Auf jeden Fall Jetzt muss ich bloß gucken Dass ich's auch auf Tash habe Weil ich mich Auch gleich wieder In den Splitter rein Das ist aber auch Ne gute Frage Guso Was hast du dir So schlimmste Verletzung Du Ich hab ein Video Da drüber mal gemacht Ah, über seine Narbe Ich kann mich nicht mehr erinnern Oder hab's nicht gesehen Ich weiß nicht Was war noch gleich? Über meine Narbe Ich hab eine relativ große Narbe Am An der linken Nicht an der linken Hand Aber am linken Handgelenk Okay, Moritz Gebrochen irgendwas? Äh Ne, mein schlimmster Anfall Da bin ich aus dem Fenster geflogen Easy Passt bei dir, Junge Oh, jetzt Du Racky Rage Das Schlimmste Was mir bis jetzt passiert ist Ist halt So halb gebrochen Mit Gips drumherum Und halt für so Für drei Wochen oder so Aber sonst Alles gut So, jetzt kommt ein Crystal Wie gesagt Ich werde um vier Uhr operiert Warum wird denn jetzt jeder operiert? What the fuck? Oh, Crystal? Ey Das packe ich gar nicht Wir spielen Agario Alle wollen Clash of Clans Wir spielen Clash of Clans Alle wollen Agario Oh, aber hier mit Crystal läuft's echt Oh Der ist richtig am Swaggern Ja klar ist er am Swaggern Das ist cool Ja, nee Also mit Crystal Das läuft Also wenn du den Stream hören solltest Und gucken solltest Du bist auch eine ziemlich coole Ich weiß nicht, warum ich so müde bin Wahrscheinlich, weil ich diese Nacht Drei Stunden nicht schlafe Tja, eventuell solltest du einfach mal Monatsdrei Energydrinks trinken Dann passiert dir das nicht Ja, das können wir Kurze Umfrage Leute Wie oft trinkt ihr Energydrinks? Das heißt So richtig Bulldozer Oder halt so Monster Energy Beine Ne Einfach mal pro Woche Pro Monat Pro Jahr Pro Semester Also bei mir ist es wirklich so Ich war What the fuck Komplett Komplett Energy frei Sag ich mal Was ist denn jetzt los? Und dann hat YouTube angefangen Ey, ich verstehe das nicht Boah Rage Rage Chill Chill, Junge Ich verstehe das gerade einfach nicht Was, was verstehst du gerade nicht? Nie einmal im Monat Nie null Nie 50 mal am Tag Easy Einmal im Monat Rage Würdest du den Stream hier nicht mehr gucken? Nee Nee Sehr oft 50 nie Einmal pro Woche Krass Aber übrigens auch krass Die Base ich gerade gefunden habe Was Ich glaube der hat es einfach verdient Gethree Star zu werden Okay Ganz einfache Sache Hat er mal richtig ins Gesicht verdient, ja? Ja, schauen wir kurz im Stream Der hat es richtig verdient Ich bin gerade auf Platz 6, Junge Mann Der hat es richtig verdient Ja, mach einfach mal den Stream Und zwar hat ein Bildschirm auf Der hat es nämlich richtig verdient Pass auf Ich kann gerade nicht Ich versuche jetzt eine Base mit 6 Äh, mit 8 Hawks Zu 3 Stunnen Ich glaube, das müsste eigentlich hinhauen Oh, dann hat er aber echt eine richtige WTF-Base Gerade aus 10er Gerade aus 10er mit 6 Hawks Das kannst du dir vorstellen Was denn für eine Base hat Die hat noch eine Kanone Achso, willst du noch meinen Er hat noch eine Kanone Hier, warte Hier, warte Lichter, bist du schwul? Nein, bin ich nicht Umsplitten Ja, oh, es läuft bei euch so abartig Ey Die Hose runter Also ich trinke jeden Monat 25 Energy Das geht noch Das ist einer am Tag Ja Ein bisschen weniger Das ist noch in Ordnung Aber es gibt ja Leute Alte Schule Da haben manche so So vier am Tag getrunken Ne, aber das ist nicht gut Das ist echt nicht gut Ja klar Man kann daran auch Relativ schnell kritisieren Und du kannst halt wirklich Herzprobleme kriegen Ja, das ist halt einfach Eine so heftige Menge Zucker Die dein Körper halt einfach Nicht geregelt wird Nein, nicht nur Zucker Auch hier Taurin und sowas Also das ist schon Nicht mehr so lustig Ähm, ja Jetzt will ich mich natürlich Auch wieder ein bisschen Splitten in andere Sorry, Leute Mein kompletter Browser Hängt gerade rum Also ich weiß auch nicht Ganz genau, was da los ist Wenn ich Leertaste drücke Daut es ungefähr Zwei Jahre Bis da überhaupt irgendwas passiert Ähm, Crystal Ich würde mich gerne In In Alter Ist ja riesig groß Der kleine Disiaks Ah, Crystal Achtung Ja, man ist Kennst du Gronkh Ja Nein Nee Hab ich noch nie davon gehört Wer ist denn das? Übrigens, das ist so krass Was die gerade leisten Habt ihr das mal mitbekommen Nee Ich weiß nicht, ob das auch Gronkh war Einmal haben sie in einem Stream 70.000 Euro zusammengekratzt Für Spenden Das ist krass, ja Und jetzt letzte Woche Die letzten Wochen Einfach so in einem Stream 100.000 Euro Krass Nehmt ihr meine kleinen Teile hier Äh, Crystal Genau Schön in dich rein Also gerade Hier, Rage Hier jetzt Disiaks Ja doch Wirklich Es läuft hier einfach mega Also Äh, Crystal Razor Übel ab Äh Disiaks geht übel Richtig zur Sache Das läuft hier Jo, ich hab jetzt Äh, eine Rados 10 Base Mit 8 Schweinereitern Gethree-Start Das läuft natürlich auch Bei mir läuft's auch Ja, okay Crystal, das ist nicht der echte Lichtle Das ist nicht der echte Lichtle Ne, das spiel nicht Nehmt ihr, nehmt ihr, nehmt ihr Hier, nehmt ihr, nehmt ihr Nehmt ihr Schön rein da mit euch Genau Einwandfrei Supergeil Oh, Rekord war 4,5 Liter am Tag Boah, nee Das ist aber schon Das ist schon ein bisschen sehr Oma-Style Das ist nicht gut Hier, nimm DLG-Helper Kriegen wir hin Kein Thema Äh, wo Bleibt ihr auch da? So Bleiben wir chillig Ja, ja, genau Bleiben wir chillig Aber du bist schon Kurz vor Autos Ich spiele immer noch Agari Oder wie? Ja, ja, ja Wir gehen übel ab Also wir haben jetzt gerade Irgendwie so knapp 30 Gramm Hast oder so Oh, easy Hier, Sacklife 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 Geh weg Geh weg, Love Busua Geh weg, bitte Ich möchte den Sacklife Hinkriegen Lichtle, wann machst du Ein Fantreffen in Wien? Ja, siehst du Könnte man theoretisch mal einrichten Aber ich weiß nicht Ob der jemand kommen soll Rage, gibst du mir Masse, bitte? Wie viel? Äh, ein Viertel Genau, habt ihr das mal mitbekommen? Da schreibt jemand Äh, einer ist mal gestorben An Energydrinks Das war doch mal Extrem präsent in den Medien Jo Ob das jetzt dazu gedient hat Um irgendwie Der Energydrink-Industrie zu schaden Weiß ich nicht Aber Das war eine Zeit lang Extrem krass So überall Überall Aber da weiß ich nicht Wie viel die getrunken hat Das ist Zu viel Ja, auf jeden Fall zu viel Sonst wäre sie nämlich Nicht gestorben Aber Leute Ne, jetzt mal ganz ohne Spaß Was die Ihr müsst euch Das kann man ganz einfach mal gucken Äh, was die Empfohlenen Werte Für einen Erwachsenen Für Kinder Bei einem bestimmten Körpergewicht sind Ja Und das ist wirklich Eigentlich schon mit einem Energydrink Von 0,5 Von 0,5 Liter lange erreicht Leute Überhaupt Du musst dir mal überlegen Ähm, wenn du so Wenn du so Vitamine am Energydrink hast So B12 oder so Sachen Da steht einfach immer Oft eiskalt daneben 100 Milliliter Davon haben einfach mal 1000% vom täglichen Bedarf Ja, genau Das heißt mit 500 Milliliter Hast du dir erstmal Das 50-fache von dem Da könnt ihr euch ja überlegen Was du brauchst Und das kann nicht gesund sein Wenn ihr euch davon 5 am Tag reinkaut Dann krepiert ihr einfach irgendwann Also ihr müsst ja nicht unbedingt krepieren Aber es ist einfach so extrem ungesund Das ist nicht gut Euer Immunsystem wird gefiggert Also Hier splitte ich in mich rein, Junge Oh, da unten sind die Fetten Da unten sind die Fetten Ich sehe sie Beast Tiger Komm So ich und Crystal Lieb's schon Selten Ja, jetzt bin ich aber auch wieder Voll Jetzt bin ich weg und es läuft Nein, das lief zuvor Oh nein, das lief zuvor Du hast ja gesagt Oh nee, läuft nicht, läuft nicht Und dann auf einmal lief's bei dir doch Dass du 15.000 Masse hattest Ja Ja, alles chillig Ach man, aber der Unterschied ist schon krass Ich war jetzt eine Zeit lang in Bronze, ja Ich war in Bronze Und hatte da extrem guten Loot für Rados 10 Und jetzt bin ich zurück Uso, wir brauchen ein Masse hier vorne Ja, Crystal kann gerne getten Ey, das hat keinen Sinn mehr Wenn wir zusammen skypen, gell Ja, sorry, sag, erzähl Nee, das hat keinen Sinn mehr Doch Ja, wie gesagt Wir mussten Wir haben jetzt hier gerade halt Eine spannende Szene gehabt Jetzt darfst du wieder erzählen Genau Nee, nee, passt schon, alles gut Ja, gut, soll ich hier vorne in meine Oh, Alter, what Wo rein? In gar keinen Teil mehr Der ist gerade weg Der hat sich gerade aus dem Staub gemacht Jo, aber ganz ehrlich Dann würde ich sagen Ich bin für die letzten 6 Minuten Nochmal weg, weil wenn dir die ganze Im Hintergrund quatscht Das hat keinen Sinn Nee, nee, stopp, stopp Nee, 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 komm, komm Nee, das ist auch schade Das, nee, das will ich dir auch Ja, aber ganz ehrlich Das hat keinen Sinn Nee, das hat keinen Sinn Ja, wie gesagt Ich bin raus Nein, nein, nein Ich, ich, ich Stopp, stopp, stopp Ich, äh, ich beende bei mir Erstmal das Video Ihr haut bitte mal rein Bis gleich Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.